Hallo, ich bin Matthew Nibes und das ist mein Projekt von Wolfgang Büchert. Wolfgang Büchert ist eine wichtige Figur für die deutsche Kultur, weil er war ein Dramatiker während der Nazi-Zeit und der Zweite Weltkrieg. Und diese zweiten historischen Ereignisse sind ein wichtiger Einfluss für sein Werk. Er war am 20. Mai 1921 geboren. Er war Einzelkind. Und seine Mutter, Hertha Büchert, war auch eine Schriftsteller. Und sein Vater, Fritz Büchert, war eine Lehrer. Und das ist vielleicht die Gründung seines Werks als Autor oder als Schriftsteller. Er wollte immer ein Schauspieler sein. Und er war ein Lehrling für eine Buchhandlung. Und während dieser Zeit als Lehrling nimmt er heimliche Theaterunterricht. Und nach seiner Theaterprüfung hat er eine Karriere bekommen, eine Karriere in Hannover bekommen. Aber diese, seine Karriere war ganz kurz, weil er war im Militär einzig. Als Soldat bekommt er Hepatitis, aber er war nicht Nachhausegeschichte, weil die anderen Soldaten dachten, dass er das selbst gemacht hat. Und so er war im Gefängnisgeschichte. Er war aufgehalten. Nach seiner Zeit im Gefängnis, er war noch arm, noch Soldat, aber dieses Mal bekommt er Frostbeule und er war Nachhausegeschichte. Er war immer ein Kritiker von den Nazis und nationalem Sozialismus und so weiter. Und einmal hat er Josef Goebbels paradiert in ein Theaterstück und so er war noch mal aufgehalten. Ein Part seines Werks heißt Draußen vor der Tor, das hat er geschrieben bevor er starb in 1947. Er hat auch Kurzgeschichten wie das Brot an diesem Dienstag. Nachtschlafen, die Raten doch. Er hat auch ein Gedichtsbuch geschrieben bevor er starb, auch in 1947. Und das heißt Laterne, Nacht und Sterne. Und alles war ziemlich von dem Zweiten Weltkrieg und seine schlechte Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Seine Zeit als Soldat. Immer ist alles eine Kritik von den Nazis. Er hat aber nach dem Krieg, seine Hepatitis wird schlechter und sein Arzt hat gesagt, dass er wohl starb vor einem Jahr und das war 1946. Er starb am 20. November 1947 von diesem schlechten Hepatitis in Basel in die Schweiz. Das ist Wolfgang Buchert und ich bin Matthew Nebes und das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020